So, jetzt bist du fällig. 0-3 das letzte Spiel. 0-3, Alter. Das lass ich mir nicht noch mal bieten. Mein Harik, würde ich sowas von Grund und Boden schießen, Alter. Ich mach dich gleich wieder nett. Wovon träumst du nachts, Mann? Genau davon. Hey, Jungs. Hey, Jimmy, war eigentlich dein Bewerbungsgespräch? Stimmt, hab ich voll vergessen. Was? Das ist ein Bewerbungsgespräch. Na, lief nicht so gut. Hab die Bahn verpasst. Was? Du hast die Bahn verpasst? Gibt's doch nicht. Heute? An so einem wichtigen Tag? Ja, verdammt. Aber ihr glaubt's ja nicht. Ich hab voll die krasse Geschichte erlebt. Da war ich so auf dem Weg zur Bahn. Da war da so ein Mädchen und er ist die Hut runtergefallen. Halt, stopp. Es war ein Handschuh. Ein Handschuh ist runtergefallen. Und den hab ich natürlich aufgehoben und bin dann hinterher. Hey, warte kurz. Du hast das verloren. So schöne Finger darf man doch nicht frieren lassen. Danke. Das ist aber lieb von dir. Du hast aber ein schönes Lächeln. Sag mal, darf ich das Lächeln mal wiedersehen? Ja, warum nicht? Soll ich dir meine Nummer geben? Weißt du was? Schreib sie doch einfach auf. Ja, Mann. Hast du den Film bekommen? Ja, klar, Mann. Du Frauenhelm. Aha. Aber ich sag euch was. Das war noch längst nicht alles, was ich da erlebt hab. Passt auf. Achso, Moment. Da lag übrigens noch Schnee. Hey, stopp. Hey, flach verstehe. Hey, stopp. Hey, stopp. Warte, lag da gerade nicht noch Schnee? Ist doch jetzt egal, darum geht es überhaupt nicht. Oh mein Gott, geht es Ihnen gut? Haben Sie sich verletzt? Alles gut, nichts passiert. Wirklich? Ja, hier ist meine Tasche. Dankeschön, die kann ich Ihnen nur danken. Oh mein Gott. Ach, gar nicht. Ach, warte, Sieh. Nehmen Sie wenigstens den. Vielen Dank. Kein Problem. Respekt, Alter. Vollmutig von dir. Ja, eine krasse Story. Das darfst du keinem erzählen. Aber ihr wisst schon, eine gute Tat am Tag. Apropos gute Tat, lass uns was zu essen holen. Ich habe langsam Hunger. Ja, ich habe auch voll Hunger. Lass uns gehen. Los geht's. Bis gleich. Also, ciao, Jungs. Hey Mama, was gibt's? Hallo Jim. Na, wie war dein Bewerbungsgespräch? Erzähl mal. Oh je, nicht so gut. Ich habe heute Morgen die Bahn verpasst und dann haben sie jemand anderen genommen. Was? Jim, was ist denn passiert? Ja, Mama, weißt du, ich bin heute extra früh aufgestanden. War wirklich richtig gut dran mit der Zeit. Bin super pünktlich aus dem Haus raus. Ja? Und dann habe ich mir auf dem Weg nochmal die Unterlagen angeschaut. Du weißt ja, ich wollte den Job unbedingt haben. Es ging wirklich alles gut. Und wie konntest du dann bitte schön den Zug verpassen? Na ja, ich war zwar viel zu früh am Bahnhof, habe mich dann nochmal hingesetzt, aber du wirst es nicht glauben. Ich bin einfach eingeschlafen. Nicht dein Ernst? Ja, ich mache mir auch voll selbst die Vorwürfe. Ich war gestern so aufgeregt und dann konnte ich die ganze Nacht einfach nicht schlafen. Das macht mich echt fertig. Ja, das ist jetzt schon blöd, aber ich hoffe, du hast was draus gelernt. Aber jetzt kommt, mach dir nicht so einen Kopf. Das nächste Bewerbungsgespräch kommt bestimmt. Ja, danke Mama. Du, ich muss aufhören. Die Jungs kommen gleich zurück. Tschüss, mein Sohn. Bis dann. Die Jungs kommen gleich zurück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.